Also, er kommt gleich. Er hat Verbindungsprobleme. Okay. Und ja, wir können dann zu einem Clan gehen. Für den Anfang ist es sicher nicht schlecht. Wahrscheinlich nicht. Und nachdem mein Boss, also der Clan-Chef, bisschen... Er ist gerade rausgestillt. Also, wegen Verbindungsproblemen ist er ja auch ingame rausgeflogen. Okay. Okay. Strange. So, also geben wir die Quests an. Müssen wir hier noch etwas machen? Nein, wir müssen einfach zurück in die Stirn. Oh, diese Wölfe hier. Hm, hm, hm. Wieso wäre Wölfchen? Ähm, du bist als Auflinie angezeigt. Hallo? Hallo? Ja, hi. Also, du brauchst eigentlich nicht mit mir im Spiel schreiben, wenn wir eh über reden können. Hallo. Hi. Hi. Du hörst ihn aber schon, oder? Komisch. Nein. Eben. Nicht. Ja. 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 Hm. Komisch. Also, jetzt sehen wir ganz komisch. Ja. 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 Und hier oben ist noch, genau, diese Quest. Yay. Dann haben wir hier eine Flamme der Ahnenring bekommen. Ja, das ist leicht. So, schauen, was haben wir, ah, die Quest haben wir noch, gut, zum L.A.D. User disconnected from your channel. Okay. So. So. Geh in Richtung Stadt B, Katalatal, geh in Richtung Hellufang, sprich mich klar. User entered your channel. Hörst du mich? Ja. Sehr gut. So. 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 Hm. Addieder. Das ist großartig, okay. Schnell. So, schön leicht. Gibt es noch mehr? Ja, das machen wir dann oben. Irgendwo ist doch hier dieses Dorf, wo ich hin muss. Wo bist du denn ungefähr? Statt BK. Und wohin du musst? Das ist ja die Quest. Müssen wir nicht mehr ins Dorf. Ah, weg nicht, bitte. Danke. So, also gehen wir hoch. Ja, den lassen wir jetzt. Der Postboden ist wieder da. Wie ist wieder da? Wahrscheinlich reist er von Stadt zu Stadt oder so. So, hier sind die Bären auch. Und öfters. Ne, sind auch gerade nicht da. Da oben sind... Zwei. Acht, dreizehn, neun, sieben. Und diese ist die Musik jetzt wieder. Bin wir im AFK, ja? Hallo? Na jetzt? So. Wahrscheinlich war mit meinem Messer und die Idee das los. Hallo? Gar nichts gemerkt. Komisch. Sonst hätte ich das gemerkt. Ja, toll. Wo soll ich diese Bären jagen, wenn keine da sind? Wieder da? Hallo. Okay, gut. Das ist ein Problem. Noch vier. Gut, es ist ein Problem. Hier sind ja die Bären. Also bitte. Falsch angezeigt. Ich werde doch nicht dort jagen, wo es gar keine Bären gibt fast. Also, das ist die Bären. Ich werde nicht die Wurlaufe rein. Wenn nicht die Bären sehen. Ist ja die Bären. Nein. Ich habe nicht auf die Bäre drin gesehen. Ich mache ja die Bären die Äxtre. Hier müssen wir jetzt Walf töten, oder mehr. Die geben wahrscheinlich alle die Hände, die haben ja zwei Hände, eigentlich müssten wir zwei bekommen. Ja, jetzt waren wir noch ein Grasgirchen. Die standen. F-gut. So, mal dazu einen kurzen Moment. 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 So, mal dazu einen kurzen Moment.